Hallo und herzlich willkommen zu Dragon Age Inquisition, einem neuen Let's Play. Oder vielleicht wird es ein Let's Play, wir müssen mal schauen. Zunächst mal würde ich sagen, es ist ein Angespielt. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ich muss mal schauen, es kann sein, dass die Spielwelt einfach zu groß ist und ich am Ende dann einfach hin und her renne und zwar ein bisschen Spaß habe, aber das einfach keinen Spaß macht zum Zuschauen. Grundsätzlich muss ich euch leider sagen, ich bin hier natürlich unterwegs auf einem Notebook. Im Übrigen werde ich in 1080p spielen sicherlich. Ich werde mit dem Gamepad spielen, ich werde nicht mit der Maus spielen, weil ich mich da so schön dran gewöhnt habe. Und ich muss euch allerdings gleich mal gestehen, dass ich doch ein wenig die Grafikeinstellungen runtergeschraubt habe. Aber ich muss mal schauen, ob das noch ein bisschen weiter runtergehen muss. Die Gitterqualität habe ich hier mal auf rechts auf ganz hoch gestellt, Tessellation und so weiter. Ich denke, da habe ich kein Problem mit meiner Grafikkarte hier im Notebook. Gelände auch nicht unbedingt, Vegetation, das könnte schon ein bisschen Einfluss haben. Wasser habe ich schon gleich runtergeschraubt. Aber die ganzen Post-Processing-Optionen, Ambient Occlusion und Anti-Aliasing und solche Geschichten, die habe ich wirklich richtig runtergedreht. Um einfach nicht zu starke Frame-Raten-Einbrüche zu haben. Aber ich will gar nicht zu viel außenrum erzählen, sondern direkt ins Spiel starten. Ich werde übrigens einen Magier spielen. Einfach, weil ich ganz gerne Fernkämpfer spiele. Und was mir ja auch Spaß macht, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist, Frauen zu spielen. Das ist einfach ein bisschen was fürs Auge. Und nachdem ich den Charakter ja eh die ganze Zeit sehe, warum soll ich da nicht was Hübsches nehmen? Ähm, das ist mal das eine. Und zum zweiten habe ich mich entschlossen, mal wieder klassischerweise eine Magierin zu spielen. Was ist der Grund dafür? Äh, die Special Effects sind normalerweise viel geiler als bei irgendeinem Tank. Deswegen will ich die haben. Und äh, außerdem liegt mir Fernkampf ganz gut. Von daher ist Magie, glaube ich, das richtige Ding für mich. Ähm, ich denke, ich werde hier einfach im normalen Schwierigkeitsgrad starten. Und dann werde ich mir das Mädel noch ein bisschen hübsch machen. Also das werde ich, ähm, das werde ich jetzt einfach mal hier so ausprobieren. Ähm, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe schon auch eine ungefähre Vorstellung. Ich habe das schon mal ein kleines bisschen ausprobiert, damit ich hier nicht komplett von vorne starte. Denn es macht ja auch keinen Spaß zuzugucken, ähm, wie ich hier nur im Dunkeln tappe und überhaupt keine Ahnung habe, was wie funktioniert. Von daher, ähm, ja, ein kleines bisschen habe ich mir das Ding schon angeschaut. Auch mit unterschiedlichen Klassen. Und, äh, wie gesagt, Mädel mag hier hübsch machen. Ein bisschen was vers Auge. Und dann passt das Ganze. Schaut ein bisschen böse, die Gute. Ich nehme hier als Basis, nehme ich mir hier gleich mal den Kopf 4. Passt mir den an. Die Frisur ist eigentlich schon sehr cool, muss ich schon sagen. Das sind hier allgemein. Gesichtsform. Gesichtsform habe ich, glaube ich, da gefällt mir die hier am besten. Dann, äh, die Hautfarbe, da will ich was möglichst Natürliches haben. Teng und so weiter, da mache ich nicht dran rum. Aber die Augenfarbe, irgendwas, was schön rausleuchtet hier. Äh, da leuchtet's. Das ist zu dunkel, oder? Ja, grüne Augen, wenn ich da was... Aber die leuchten nicht richtig. Ja, die blauen, die leuchten halt einfach am besten. Oder so was Graues. Aber ich glaube, ich nehme, ich nehme die blauen. Das ist doch ganz nett. Die Haare. Da nehme ich eher so ein bisschen was Standardmäßiges, denke ich. Ähm, zu wild soll's nicht sein. Also das finde ich ganz nett. Aber ich glaube, das hier passt einfach zu einem Rollenspiel auch besser. Deswegen nehme ich das. Und ich mache da mal so eine richtige... Dark Witch draus, oder? Also das heißt, äh, Haarfarbe. Dunkelschwarz. Dunkelschwarz. Die Stimme ist, äh... Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Genau. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Äh, ich will lieber hier... Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Okay, annehmen. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Ja, annehmen. 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 Solange wir Erfolg haben, ist mir alles andere egal. Also, Kopf und Ohren, da passe ich überhaupt nichts großartig an, würde ich sagen. Augen ist gut, Nase ist gut, Mund und Kiefer, Narben und Tätowierungen. Ein paar Tattoos wären vielleicht ganz cool, hä? Narben will ich keine haben. Horizontale, vertikale, Tätowierungsdesign, Tätowierungsfarbe. Tätowierungsfarbe, was passt da dazu? Mir gefällt ja immer so was Blaues ganz gut. Mal gucken. Tätowierungsdesign. Bisschen subtil, ne? Das ist ein bisschen heftig. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Gefällt mir auch nicht. Eigentlich gefällt mir gar nichts. Die Dinger am Anfang sind ganz gut. Hier diese... Das kann auch ruhig ein bisschen intensiver sein. Okay, und die Tätowierungsfarbe, das... Ja, ich denke, Rot ist ganz lustig. Und das kann ruhig so ein bisschen dunkleres Rot sein. So, ist gut. Und dann das Make-up. Lidschattenfarbe. Lidschatten muss... muss... dunkel sein. Oder? Uh, ihr geht... Ja, muss dunkel sein. Okay. Lidschattenintensität ist schon ganz oben. Farbe der Augenunterseite, das ist wo? Äh, genau hier. Da machen wir mal so ein bisschen Leuchteffekt rein. So, ist gut. Halt. Farbe der... Braununterseite. Machen wir auch dunkel. Intensität. Darf ruhig dunkler sein. Die Wimpernfarbe ist ja wohl hoffentlich schwarz. Die Lidstrichfarbe. Äh, wo ist der Lidstrich, Lidstrich, Lidstrich. Aha, okay. Muss auch dunkel sein. Da gibt's überhaupt nix. Dann die Lidstrichintensität. Können wir ein bisschen... Naja, okay. Da passiert nicht recht viel. Die Rougefarbe. Ich mach hier so ein bisschen russigen Look. So. Und dann die Rougeintensität. Nicht zu viel, würde ich sagen. Aber darf ruhig ein bisschen dreckig aussehen. Die Lippenfarbe. Äh, Lippen, die müssen jetzt nicht unbedingt, finde ich, ähm... Können ruhig ein bisschen natürlicher sein. So, vielleicht. Lippenfarbenintensität ist gut. Lippenkonturfarbe. Das muss jetzt auch nicht allzu heftig sein. Das sieht immer scheiße aus, finde ich. Lippenfarbenintensität. Lippenfarbenintensität. Ah, okay. Ah, g- Ne. Das wäre vielleicht ganz lustig Naja Okay, und diesen super heftigen Lippenglanz will ich auch nicht haben So, ist gut Halt, ich gehe nochmal zurück So, und ich würde sagen, das war's Also die Lippen gefallen mir nicht Sorry Nochmal ganz kurz Lippenfarbe Ja, das sieht ein bisschen natürlicher aus Das ist gut Und dann werde ich aber die Lippenkonturfarbe auch ein bisschen natürlicher gestalten Ah So Und Gehe ich dann nochmal rein Und mach das Ja So ist gut Ja Einwandfrei Soll ja auch Spaß machen zu spielen Änderungen übernehmen Ja, wie heißt denn die Gute Änderungen übernehmen Änderungen übernehmen Änderungen übernehmen Ja, die schaut schon cool So, jetzt halte ich mich ein bisschen zurück Und wir schauen einfach mal, was losgeht Mal gucken Ist alles ein bisschen langatmig So, und die Frameraten brechen schon ein Auf 22, 23 momentan Das ist sehr cool Ich bin gespannt Ob ich die Grafikqualität nochmal ein Stückchen runterschrauben muss Oder ob das so funktioniert Wie ich das gerne hätte So, gefangen bin ich auch schon So doll Ups Und ich hab wohl in Strom An die Stromleitung gelangt Sag mal, hab ich nicht schwarze Haare ausgewählt? Komisch Ja, und? Alle, außer euch Ja Verwende linke Steuerkreuz und A Antwort im Dialograd Das ist wohl das Dialograd Das ist schrecklich Alle sind tot? Was meint ihr damit? Tot Erklärt mir das! Britze Ich habe an die Starkstromleitung gelangt Kann ich nicht Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht Ich weiß nicht, was das ist Oder woher ich es habe Ihr lügt! Wir brauchen sie, Cassandra So, bei einigen Dialogen kannst du auf bestimmte Situationen emotional reagieren Ist dies der Fall, erscheinen bestimmte Symbole, die zeigen, welches Gefühl mit welcher Antwort verbunden ist Aha Heulen Trotzig sein Verwirrt sein Verwirrt Ah Das ist natürlich sehr gut Lasst mich gehen Kämpferisch irgendwie, was? Äh Ich würde mal sagen Verwirrt sein ist recht neutral Ich verstehe das alles nicht Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin Irgendwelche Dinge haben mich gejagt Und dann war da eine Frau Es war ein Spinnen Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt Doch dann Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana Ich werde sie zum Riss bringen Liliana Okay, muss man sich gleich mal merken Kassandra, Liliana und Riss Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige Genau, zeig es mir mal Aber mach schnell Mir ist schon ein bisschen langweilig Also Grafik auch runtergedreht Ganz nice Ich, ja Diese Risse sind doch hübsch Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen Der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird Hm Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art Nur der größte Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave Dazu ist eine Explosion im Stande Diese war es Wenn wir nichts tun Könnte die Bresche größer werden Und die ganze Welt verschlingen Woher wissen die das eigentlich? Die ganze Welt verschlingen? Sehr interessant Naja Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert Breitet sich auch euer Mahl aus Und es tötet euch Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit Auch das ist sehr interessant Woher wissen die, was mich da tötet? Wenn ich kann, werde ich helfen Rettet es mich, euch zu helfen? Habe ich denn eine Wahl? Wie sollte Ihr glaubt weiterhin Ich war Hm Wie solltet es das aufhalten? Ihr sagt, es sei vielleicht der Schlüssel Um was zu tun Die Bresche zu schließen Wir wissen nicht, ob es überhaupt möglich ist Doch das werden wir in Kürze herausfinden Es ist jedenfalls unsere einzige Chance Und eure Okay Äh, ich würde sagen Ich würde sagen, ich mache mich mal nicht rotzig Oder so Sondern ich mache mich mal butterweich Ich verstehe Oh, und Cassandra stimmt zu Das ist toll Ich würde tun, was auch immer nötig ist Koste es, was es wolle Bonuspunkt gesammelt Sehr schön Für sie steht eure Schuld fest Sie brauchen diese Erklärung Die Bewohner Havens Tauern um ihre Heiligkeit Die göttliche Tystina Das Oberhaupt der Kirche Das Konklave war ihre Idee Es war eine Möglichkeit Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften Sie rief ihre Anführer zusammen Und nun sind sie tot Okay Magier und Templer haben verhandelt Jetzt sind sie tot Mhm Die Bresche muss geschlossen werden Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten Mehr kann ich euch nicht versprechen Kommt Es ist nicht mehr weit Wohin bringt ihr mich? Weg Würde ich sagen Euer Mal muss an etwas kleinerem als der Bresche getestet werden Getestet? Die will mein Mal testen Okay Verwende LS um dich zu bewegen Und RS um die Kamera zu steuern Kamera Okay Dann würde ich sagen Los geht's Sag mir wo ich hin soll Sagst mir nicht Gut Dann werde ich einfach mal loslatschen Was war das? Ich hab's nicht gesehen Hupfen kann ich mit A Öffnet das Tor Wir gehen ins Tal Das Symbol Mit dem Dingsbumsauge Auf dem Kompass Zeigt dir dein Questziel an Okay Also diese Richtung Wofür ist im Heldenmenü heraus die Questkarte auf Indem du Blar drückst Okay Questkarte Ah da bin ich schon mal gelaufen Des Himmelszorn Kassandra will überprüfen Was das Mal das durch die Explosion hinterlassen wurde Bewirkt Es gibt ganz in der Nähe einen Riss Der sich dafür eignen könnte Begib dich mit Kassandra zum Riss A Wegpunkt wechseln B Zurück Tagebuch Aha Kann ich auch einen Wegpunkt setzen Alles klar Charakterbogen Laden Speichern Codex Zurück zum Menü Tagebuch Das interessiert mich gerade alles nicht Ich würde sagen Bevor ich jetzt Bevor ich jetzt hier tatsächlich Loslatsche Und die Intro Mission spiele Mache ich hier an der Stelle erstmal Schluss Und wir machen genau an dieser Stelle Beim nächsten Mal weiter Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt Vielen Dank Euer Noxan Ciao Ich bin